Guten Tag Leute, geht weiter in Teil 3. Teil 4. Und zwar spielen wir jetzt Trace vs. Kawum Staffel 2 mit einem Daffer, den Kawum. Yippie, ich freu mich schon. Das war ein sehr geiler Start, ich weiß. Der irgendwie keinen Sinn ergibt, aber egal. Alles ist gesperrt außer die täglichen Aufgaben, ah ja. Oh, ich hab schon wieder Bettestern und was war das, kam für den Stimmbrook. Voicequake. Dieses Oh. Heute kam bis jetzt noch ein Video. Naja, das drehen wir ja am selben Tag, wo das war, dass Folge 2 rauskam, also. Yippie. Nachher kommt ja eh noch ein Video, aber ich glaub heute auch noch zwei Videos, weil wir drehen ja sehr viele Videos gerade, ne. Ich mach aber noch ein Intro rein, also so Intro für jeden Teil. Wird glaub ich geil. Ja, da freu ich mich aber. Ich hab den schon seit gestern geplant, also diesen Introplan. Introplan. Kann man ja nicht sprinten auf der Map? Oh Gott. Sagt mal kurz, ich wärs mal ein Mega-Emot machen. Sind sie ready? Warte, ich muss noch eine Sache machen, mir kann ich wieder da. YouTube. Jetzt kann ich nochmal sagen, oberster Salat und blitz2804. Wenn ich jetzt nochmal sehe, was ihr hier alles antut, also auf TikTok und so. Naja. Also bitte, aber bitte denk dran, bitte markiert mich nur bei Game-Videos. Ich guck's ihm auch wirklich an, aber nicht bei Videos, wo so Menschen tanzen oder so. Oder irgendwie so sagen, ja, wir sind aggressive Leute. Ja, äh, sehr witzig. Ja, genau. Eigentlich wollte ich nur gechitt sein, aber... Wenn ihr sowas macht, seid ihr richtige Arschgesichter. Und mit so welchen Leuten, also jetzt nur am obersten Salat und blitz2804, möchte ich nicht mehr reden. Ganz ehrlich, über die beiden möchte ich jetzt ehrlich nicht mehr reden, sonst werde ich noch wütend. Und krieg dann keinen Bock mehr. Aber, naja. Und da, naja. Ach Gott, ey, da bin ich wieder. Ich hab gewartet. Nebenbei hab ich noch was, nebenbei hab ich noch was in einem Video gesagt, ne? Also jetzt nicht so... Ich hab jetzt nur gesagt, was wir im Deffen machen. Okay, drei Toren zu. Aua. Egal, ich bin so krass. Oh, scheiße, ich bin da. Jo, ich hab gehackt, ich schiete gerade. Ah! Nein, da war noch der Stereo. Nein, nein, der Trick hat nicht funktioniert. Nein. Ja, ich hab's gelb. Was ist schluss? Digga, wie so funktioniert der Trick, nicht? Oh mein Gott, ist das psychokrack hier. Digga. Ich hätt immer von der selben Zeit. Nein. Nein, ich bin gerade so. Nein, die unten war nicht ausgelöst. Diese kleinen Huren. Ja, das ist ja... Ich war da nicht drauf. Das ist jetzt das ganze Video, wir werden einmal sterben. Wir werden jetzt ganz entstirben. Das ist gerade... Ich bin gerade so scheiße dabei. Puh, ich bin immer draußen, ich werd gekillt. Let's go. Danke. Bitte tötet ihn. Ey, komm, das ist auch nicht mehr euer Ernst. Ey. Juppie. Weiter geht's. Aber was ist das jetzt? Ey, immer wenn ich Aushalt bringe. Oh Gott, da ist der richtig Scheiß. Ja, ich kriege keinen Bock mehr. Digga, wie soll ich die denn auslösen? Ey, das nächste wird auch ein bisschen... Alter, das ist doch Scheed-Kram. Was ist das Scheed-Kram? Ich mein, ich geh die ganze Zeit raus, ich werd sterben. Ey, schon wieder. Der springt da rein. Ich drück nach hinten, der springt da rein. Aber doch. Ich muss die ganze Zeit an dieses Kack-Tick-Tock-Denkt, was hier oberste Salat und Blitz gemacht haben. Hä? Mich markiert haben. Wann muss ich jetzt... Hat das damit zu tun? Muss die ganze Zeit dran denken. Ich bin abgelenkt. Ich bin abgelenkt. Ich darf nicht abgelenkt sein. Hallo? Digga, warum? Ey, fängt die Stachefalle. Das sagt man nicht. Was hat die Stachefalle gemacht? Ich kann bei echten Best-Off machen wie oft die Fluche. Äh. Muss nicht machen. Ey, diese knallige Motherfucker Stachefalle. Das war nicht gut. Oh, weiter geht. Ey, das kann doch nicht sein, wenn ich immer draußen bin, bin ich tot. Gott ist das schwer, was... Ey, das kann doch nicht sein. Diesmal durchgeschafft, ich bin tot. Das ist der Grund, warum ich der Fernseher immer hasse. Wie sagst du, hast du einen Kuss gesucht? So, dann muss man das machen. Kann man sich einfach springen. Boah, endlich! Puh, was ist das denn? Wie was soll ich denn hier machen? Impuls kann man bis jetzt, oder was? Die sind bei mir kein... Doch, äh, vergiss, was ich sagte. Zu weit. Boah, dieses Internet. Nein, wie kann ich da leben? Der Impuls kann man einfach zum nächsten Block, den du siehst. Ah, ich krieg den nicht. Der nächste ist 10.000 Meter vor meiner Fresse. Wie soll ich denn? Also, über mir ist einer. Ne. Ich bin schlau. Ich hab so viel Vorsprung. Wie kann man sehen, wie weit man ist. Digga! Da ist doch keine unsichtbare Wand. Oh, nee, das... Hier sind jetzt Bouncer. Nein. Ach, nee. Ich hasse das. Genauso wie ich die Stachel fallen und so. Puh, da fühlt die Sche... Ja, ich komm zunächst. Alter, was ist das? Oh, nee. Ah, bist du Eisgarn. Digga, muss ich springen? Ja, musst du Eisgarnate werfen. Und dann, wenn du da bekommst, dann am Ende so noch springen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein war ja jetzt bin ich gesprungen jetzt bin ich zu früh gesprungen ich habe keinen bock mehr jetzt kommt die plattform die verspenden wie soll ich das so machen ich krieg so was nicht hin warum springst du zu weit warum was ist dein problem spiel 1000 x wie oft habe ich jetzt schon gedrückt muss wird ein counter immer so ein strich ja mann ich hab's endlich gleich hast du jetzt muss ich zwei dreimal springen willst du mich verarschen ich hasse das wo ich gerade bin bei die plattform die verspenden erscheint die sind so buggy ich bin dumm gewesen oder lassen es bauen oh mein gott wie soll ich das jetzt machen ich bin doch kein profi in sowas ich habe keine schnellen reflex mehr ok jetzt habe ich dich herausgefunden 36 mal gestorben da ist keine unsichtbare wand über mir ist gar nichts so sterb ich ich hasse mein leben ich hasse mein leben ich hasse mein leben ich hasse mein leben gerade springen springen bei mir springt er selbst ich habe es nicht mal bei mir ist so frustrierend ich habe es geschafft ich hasse mein leben wie oft habe ich jetzt schon diese eisbombe geworfen und dann sagt das sind wie soll ich was dann machen ich bin auf so einer bekackten plattform wie soll ich was dann machen hier gibt es nicht mal eine stelle ich habe keine chance hier rüber zu kommen wieso guckt man kommt ich habe aus diesem boost von eisgranate und dann musst du ein bisschen sliden auf der plattform dann springt man das ist eine scheiß wo ich gerade bin ist dass diese beschissenste plattform die es gibt und zwar hat die in der mittel so eine kleine säule und da ist ich habe keinen bock mehr wenn ich froh dass du nicht da bist wo ich gerade bin ich bewege nie wieder diesen kacks joystick nein ich war zu langsam fast digga wieso wieso springst du nach links zu homo sapien ich muss echt andeutig mehr pause machen ich werde dafür immer fest singt sagt jetzt schon auf jeden hier ist auch so eine stelle da soll die bombe nicht hin ich will das jetzt gibt der hat der macht automatisch nach rechts ich nach links oder ich kann nicht mehr ich glaube meine gut ist schon soweit dass ich kein bock mehr auf mein leben und kann ich endlich mal drauf daran denken dass ich mal keinen tik tok im kopf haben will – also unendet collotal – ja dieses scheiss tik tok t х das dann so markiert haben – hey ey ey – du sollst aber nicht an den tik tok sagen consider das ja ein fort link dann guck ich jetzt mal nach in die recht jetzt gehe ich mal in die rechte axte – ich guck nach rechts wo f handout hin nach mexiko endlich ein so knapp das ist so verpackt das kann es nicht glauben bei mir war das knapp oh mein gott ist das warum sind hier so viele schachmatbretter haben es ist hier schwarz weiß und gott oh nein was ist das wie ich mir schon 60 mal gestorben nein es geht noch was ist noch mehr das kann ich doch nicht schaffen ich muss jetzt teilen okay ich habe meine frage wieso hat der dritte kraft bei mir nicht funktioniert was das jetzt auch nicht das ist doch das doch die hölle hier die hölle auf erden oh mein gott wer das gebaut hat der hatte wirklich sehr viel spaß ach so und übrigens ich habe noch ein zorn hier google geholt das heißt es gibt eins von google oh nein das ist schon wieder so was ja okay ich habe es verstanden ich springe auf den würfeln warum fliege ich außerhalb des würfels ob bloß an den dümmsten menschen die welt und zwar mich digga ist das dein fucking ernst ich komme hier nicht mal mit dem timing mit mir diesen kack holographenwürfel die sich das ganze verpissen digga wo ist der holographenwürfel warum ist er es noch nicht da du bist auch da du bist jetzt auch da ne ich bin bei den grünen ja bin ich hier guck mal nach vorne ich muss jetzt erstmal gucken wie viel an der 1 2 3 ok 34 sekunden warum warum taucht er erst dann auf wenn ich tot bin ja das wird auch viel schwerer wir werden hier füllen warte kann man kann es doch hier skippen es gibt hier bei diesen dörfern grün ja guck mal wo ich bin ich weiß was du hier machen musst ich weiß was du hier machen musst das ist doch cool ich verstehe das gerade gar nicht ach so geh weg hier nein man muss hier ok warte wir machen teamarbeit wir machen teamarbeit sonst prägt das uns gar nichts geh mal weg ich muss den katz warte warte ich mach so ich mach so und jetzt mach ich dich warum verschwindet er bei mir ich hasse mein leben gibt es hier wieder ein skipp es gibt klopft ich hasse mein leben ich hasse der fans ich hasse dieses game ich hasse alles und ich bin ich in ich hasse kartons ich hasse mein leben ich hasse kartons ich habe hätte haben gesagt schmeißt boxe und ich möchte ja noch nicht mal rein als dinge ist du kannst aber mein weg folgen nein warte mal wir machen es noch ein bisschen größer ok ist das ein deal hey ist doch easy du hund was war das gerade mädchen schreie mach nicht meinen turm kaputt ich will uns hier helfen ok das könnten wir eigentlich da hinschaffen ne hinspringen komm spring spring mal das schaffen wir wieder wie ich versucht gerade runter zu schubsen nein wir müssen mir noch einen hinstellen hallo spring doch drauf braucht du kleiner hohen sohn wir müssen nee oh mein gott ich bin so gut kript st b ja b oh mein gott ich bin so fast kript 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 jahr kript gerade mein gott es kommt es gut ist auch nicht so was ich drück die ganzen zeit x100 level müssen diese 100 level in zwei teile glaube ich halbieren oder es gab so männer erst mal kurze frauen erst mal so kurz frauen freundlich ich habe ich meine kurz ich habe verstanden dass er frauen wie frauenfeindlich fast verstanden habe ich hier sagt kann ich das bitte skippen bist du immer noch beim boxen oder was ja endlich oh mein gott es ist so hart naja ja 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 geil auslos ja 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 ich werde es fast messen ich vergess langsam mein leben was soll ich denn machen er jemals hoch er auch nicht so so für mich nicht einfach springen oder was ja wenn es jetzt nichts dafür so einfach ist dann lache ich mich aus das ist einfach normal parkour ja was soll ich machen fliegst du zu zehn zentimeter weit ach scheiße das spiel will mich verarschen wie soll ich denn hier mal verkehr ist zu hoch jetzt fliegt er auch noch über wie zu mich verarschen um mal auf so hart ist es auch nicht auch so knapp und das sind so richtig harte stunden mir gleich den fuß brechen so das ist einfach etwas bringt das ist noch schlechter bei parkour warum fliegt er nach links ich möchte in den riss nicht nach links nicht da musst du das du musst nach rechts steuern da ist keine unsichtbare wand wieso springe ich gegen eine wand weiß ich doch nicht jetzt bin ich unter dem riss doch so super in dieses kleine motherfucker ist wenn ich das irgendwann mal trifft hau ich es in die fressen kein sorge steckt hier auch das kann wer film also 10.000 ich bin schon hundertmal gestorben echt warte wie oft bist du ich werde nur in den scheißernamten riss ich war durchs riss geflogen betrug das ist ein betrug der fern der typ der es gemacht hat ist ein betrüger da ist eine unsichtbare wand bei mir ich bin die ganze ich bin gerade vorhin durch den riss geflogen und bin gestorben aber deine kamera ist noch durchgegangen ich bin da bin da jetzt bin ich auch einmal in roter modus roter farbfeld warum ist so rot es ist so rot für mich ich hoffe das ist nicht so schön beim anderen ok letzter sprung let's go noch so ein timing level geil nicht aber sagt jetzt nicht ist schon wieder so ein hardcore das ist zu viel grad was ich hier sehe ich höre dich einfach du bist einfach nebenan kannst du mal aufhören bitte dieser pappelwaffe zu nehmen die lenkt mich grad ein bisschen ab ich höre dich einfach nebenan ich bin zu krass grad ich höre dich nebenan einfach komm komm ja hä ey die sammelfel oh mein gott first try ohne zu sterben eben oh nein jetzt gibt es neos neos sprünge schon wieder wie beim anderen nein neos sprünge kann das nicht Das ist derisobe zu! Was ist denn da? 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 Kann dieser scheiß Controller endlich auch mal still halten?! Ich hatte gerade einen kleinen Nervenzusammenbruch. Ich hatte gerade einen kleinen Nervenzusammenbruch. Mir gehts gut. Mir gehts gut. Gib mir mal den Controller. Ich mach das jetzt erstmal. Gib mir mal her. Gib doch alle den Controller. Ich werde das erstmal einkriegen. Ich muss das jetzt nicht. Ich muss das erstmal. Ich werde irgendwann mal so sehr sein, dass ich mir echt alles brechen werde. Was ist bei dir los? Dieser Controller, der bewegt sich von selbst. Der macht sich selbstständig. Alles ist nervig. Nein, ey, diese Neos sind so frustrieren. Das hier ist frustrieren. Das ist frustrieren. Ich bin gleich auch 100 Mal gestorben. Ey, dieser Controller, der macht mir alles schwerer. Und ich meins wirklich. Meine Fresse, hast du was dünnes? Ich will erstmal das hier fertig hinkriegen, falls ich das endlich mal hinkriege. Und dünnes habe ich leider nicht. Das ist doch Mogel. Das ist doch Mogel. Das ist doch Mogel. Mogel auf Wusch. Wieso kotzt du jetzt? Ich darf ja nicht sehr viel fluchen, sonst breche ich wieder zusammen wie jetzt vor zwei Minuten, wo ich mir außer in den Kopf mein Headset aus dem Controller gerissen habe. Ich bin froh, dass du nicht bei mir bist, okay? Ich bin froh, dass ich schon über 100 Mal gestorben bin. Ey, ich hasse das. Kann man das irgendwie skippen? Bis einer von uns aufgibt, ist das ein Deal. Wenn ich gleich wieder zu Hause bin, resette ich deinen Controller. Das ist mir schon scheißegal. Ich möchte jetzt gerne bitte einen roten Banner unter meinem Bildschirm sehen. Oder unter meinem Kopf. Mit rotem Gesicht und Gas aus dem Ohr. Hä, was? Ich habe es fast geschafft und dann denkt mein Spiel so, ja, da ist eine unsichtbare Wand, kannst ja den springen. Ist mir aber scheißegal. Genau. Bist du immer noch beim Ventilator? Nein. Nein. Diese kackroten Wörfe, die überall platziert sind, wenn sich mein Controller immer selbstständig macht. Ich muss ihn immer nach hinten lenken und das ist so nervig. Bei anderen Videos, bei anderen Videos ging das aber. Bei davon ist das so nervig, weil mein Controller macht sich echt sehr selbstständig gerade hier. So. Oh fuck. Da ist keine rote unsichtbare Wand. Bitte. Ich will jetzt nicht nochmal einen Nerven zusammen machen. Ich kann nicht mehr. Ja, Checkpoint. Nein. Noch mal das gleiche. Kann ich das bitte skippen? Ich will nicht mehr. Wenn du mit dem Grappler fertig bist, würde ich dir echt viel... Scheiße. Kann ich das wenigstens skippen? Ey, ich habe doch X gedrückt. Was will dieses Spiel? Wenn ihr das sehen würdet. Ich drücke so oft X. Warum? Ich will nicht mehr. Okay. Wer will aufgeben? Wer will es dir aufgeben? Ich nicht. Ey, jedenfalls will sie aufgeben. Okay. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Dann hast du wenigstens drei Punkte. Ich gebe auf. Ne, warte. Nein, ich habe gerade fast ein Neo geschaut. Oh Gott. Ich gebe auf. Komm das zurück zur Lobby. Ich habe keinen Bock mehr mit diesem Controller vor. Guckt. Du musst dir die Neos tun. Ja, ich zeig. Ich zeig gerade im Video. Ich habe wortwörtlich gerade meinen Controller in der Hand, aber nur die Kamera. Den Joystick nicht. Wenn ich mich bewege. Schon. So knapp. Das Spiel macht sich selbstständig. Ich kann damit nichts machen. Ich kann damit keinen davon bänden. Okay, also gibt es da auch. Da hinten ist ein Skip-Knopf. Oder? Oh ja, komm. Ich gebe auf. Okay. Ich habe gewonnen. Das nächste ist übrigens was heftigeres als in der von. Ich freue mich schon. Und Neo geschafft. Und ja. Okay, ja. Lass mal jetzt. Du hast aufgegeben. Ich habe gewonnen. Easy GG. Ich gehe jetzt lieber aus dieser kreativen Map weg raus. Und zwar der nächste Teil wird ein bisschen heftiger. Und ich hoffe, Kawum hat darauf Bock. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, die ja auch gleich gedreht wird. Tschüss.